Voll Damage, falsche Höhe, wow. Absoluter Fail, ich predigte es. Ich predigte es, es wird absoluter Fail. Nein, das ist Tom Stoppings Face! Ich sag dir doch, das wird ein Fail. Mann! Was? Ja, willkommen zum Club Force PvP-Fan. Vorab erst einmal im TS waren dabei Baumblau, Cause I'm Bad Force und Minenix oder meine nix. Schaut auch noch bei den ganzen anderen Boys vorbei, die mitgemacht haben. Und am Samstag um 14 Uhr wird es vielleicht endlich den 24-Stunden-Stream geben, den ich jetzt schon seit über einem halben Jahr vorhabe. Und ich frag normalerweise nicht nach Likes oder so, aber hier wär's wirklich echt zick von euch, wenn ihr diesem Video einfach mal einen Daumen nach oben geben würdet. Weil ich hab jetzt von 20 Uhr bis jetzt 4 Uhr morgens durchgeschnitten und ja, bekomm jetzt hoffentlich noch 2 Stunden Schlaf, bevor ich morgen aufstehen muss. Soll ich einfach starten? Ich starte jetzt einfach hier. Oh. 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 Oh Junge, der ist schon bei mir. Himmel. Oh. Die muss wieder eben durchgehen. Ja. Hey. Das ist so arsing. Er tut mir so leid Oh, und er kommt direkt Und er kommt direkt verbuggt nochmal rein Junge, sie kommen direkt weiter Ist ein Gap, hab ich noch? Warte, Sworn Cow Ja, ich hab ne Kuh in meiner Base So, super, du machst den Ausgang Kuh, du machst den Ausgang Das ist entwolllich Junge, die sind weit, die ganze Zeit auf meiner Insel Ja, du bist gerade richtig Ja, weil ich einfach so eine Asi besser Oh mein Gott, ich sterbe Wer ist das? Nein! Junge Ja, kill mich, bitte Okay, ich darf da niemals mehr ohne Picke runter Hey, ich werde gesendet Z-Bulli Ich weiß, wo Bulli's Bett ist Oder? Ne, das hat er glaube ich wieder verliebt Ja, und Bulli's Bett habe ich glaube ich Wenn er es immer noch hier hat Ja Ich bin runter Ah, der kommt schon Ja, wenn man in den Villager hier mit den Zäulen fährt Ist man auch raus Ach, hier ist der Bulli Der ist zwei Insinn weiter Und ich suche den ganzen Tag meiner Base Man Der hat einen Weg zu mir Äh, hier geht der Bulli's raus Ich fange mich um, sonst ist er im Omi Ah, da kommt Baumloch Oh, er macht den Skywatch wieder einen Stack Und der überlebt das Weißt du, wo bei Karadrix Bett ist? Äh, jeden verpackt geht's hier, guck mal Boah Er brüßte sich aus der ganzen Map Der spielt mit Lava Wenn er hier Lava Er lässt Lava hier runter Das ist ein Wunder, dass ich ihn übergeben Ja, endlich ist seine Lava weg Ja, endlich ist seine Lava weg Ja, mit dem Was ich gleich los Er hat meine Kuh getötet Endlich ist der down, man Der hat mich so aufgeregt Der Typ, man 18 Webs hat er dabei Ja, man gönnt sich ja sonst nichts Ich weiß nicht, was ich hier mache Aber ich kriege sowas von Loading Ich hab meine Lava zugebaut Ich kann die gar nicht holen Was ist denn mit seinem Speed-Trang? Das kenne ich auch nicht, diese 2 B Dann muss ich ihn ja ahnen Ich muss mal wegrennen Beat und Teals Was ist denn mit dem? Er baut die Leitern ab, hey Als ob man Leitern abbauen kann Ich bin so unnötig gestorben, ne? Das kannst du nicht antun Ich bin der größte Wendt Das ist doch nicht nur hier Hey, wo war denn bei Patrick's jetzt das Bett? Da haben wir aber verbuggt das Bett zu Kein Plan gemacht Digga, ich war eigentlich Da ist einfach nix Das ist doch sowas von welcher Licht Was ist denn sein Bett? Hä, was ist denn sein Bett? Alter, wie kack ist das denn? Ah, ich kann es bekämpfen Er hat den Mini-Me-Fehler gemacht Er hat den Mini-Me-Fehler gemacht Er hat mit Zen Stone gebaut Er hat den Mini-Me-Fehler gemacht Er hat den Regenations-Tank Oh, Junge Er hat nen Bogen Hat jemand nen Bogen? Hat jemand nen Bogen? Irgendjemand war in der Mitte und hat nen Bogen Warum dort nen Bogen? Was? Was gibt denn da in der Mitte also doch Gold? Boah, was mach ich? Boah, ich glaub ich war richtig dumm Gunther, man Der Tief Er hat sogar Schneewelle Lol Ich glaub der hat das Schwert Warte, hat das Schwert hier noch weg Das Ey Äh Ah, das Schwert hat noch weg, das eine Komm Komm Den mit Gold, hab den mit Gold Abbaumloch Alter Der hat EP und alles Was? Ich... Ich war ab bisschen durch 2 Dien Ich bin ja 3 in einem Kreis gehackt Was? W- Der... Der hat noch weg 2? Aua mit seiner eigenen Stärke gekillt zu werden Aua mit seiner eigenen Stärke gekillt zu werden Auch Ja, Baumloch auf der eigenen Bogen ne? Boah, weh Aber wo ist das Bett von mir? Ja, aber wo ist das Bett von mir? Ja, ich frage euch nicht bei jedem rum Nein, aber ich hab das Bett halt nicht gefunden Ja, aber wenn du es findest, nix, call ne? Immer Ja Alter, hier unten ist so ein Loch Nix sagen, hallo Jetzt ist er richtig krass Was für ne Base Digga, der spoilert einfach Junge, sag doch mal nix Ich sag nicht spoilern Alter, da unten ist ein Loch Junge Wie kommt man da denn runter? Okay, bei Kradryx hat's fast gefunden Junge, spoilern doch nicht, Mann Behalt das für dich, weil du willst das assi werden Wenn man nicht spoilern ist Was ist denn da oben in der Mitte? Das sind Larpes-Glocke und alles Und Emerald-Glocke Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo Darius Base ist Ich hab nur ne EP Okay, das ist der Tower da, ne? Ja Scheiße, wo ist Darius Bett? Richtig spoilern Nein! Hier? Hier geht's hoch Die Sounds, er hat die Sounds Will ich irgendwas abmachen Aber, komm Oh Junge, Baumblau Junge Oh Gott! Wie hat er das nie? Hier, Baumblau, das Ganze überhaupt schon gebootet hat Ah, hier sind auch nochmal gebootet Armin Wo ist denn da? Wo ist denn da? Hier ist Dario und Schimmelflaume, Junge. Warte, da muss Baumblau auch hier hinten sein. Du Schudi ist richtig in der Knut, ne? Ja, aber hier ist der Weg davon. Ja, da muss der Weg da hin. Ja, da ist er ja... Da ist er ja nur zwei. Blech. Ich hab ein Standbild. 5 bei dir. Minecraft klackt ab. Ah, jetzt. Alter. Da ist Baumblau das Bett. Ich mach jetzt so ein OP-Move. Voll Damage falsch, wow. Das ist absoluter Fail. Ich predigte es. Ich predigte es. Es gibt absoluter Fail. Nein, das ist Don't Stoppings Fails! Mann! Was? Wo ist denn seine Base? Was ist hier seine Base? Hier spawnen Coruscant Battles. Oh, du bist so korrekt. Sonst hätte ich ihn ewig besucht. Das ist okay. Dann bin ich an seiner Einsel schon vorbeigelaufen. Nein, ne? Ich muss auch gut. Ich bin gut. Da müssen wir zu Müblis, Jung. Was ist denn mit dem? Er hat aber... Von so'n Weg. Mein Gott. Ich weiß nicht, ob er auf Steinhard kommt. Ja, ich hab jetzt so richtig krise Taktiken, Alter. Baumblau ist sie wieder mit Bolster. Er hat die IP gegen mich geworfen! Oh mein Gott, Jürgen. Das tut mir so leid. Ich hatte so einen Lack. Ich guck genau in der Sekunde raus. Kurz für die Aufnahme. Wie viele Heads hattest du noch? Eins. Ich hatte gejumpkritet mit einem Blockhinn noch. Oh mein Gott. Ich hab hier kein Stapirs, mein Spawner und alles. Kannst du noch Enderperl mitgenommen? Ich weiß, man kann mit Enderperl und mit Wasser kannst du die Knöpfe da wegmachen. Das ist das Problem. Ja, ich wusste ja... Deswegen, das will ich jetzt noch bei Schimmelflaume will ich das mit den Knöpfen noch wegmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und Quartels hat mein Bett zugebaut, weil er meine Base gebaut hat. Ich hab deine... Ich bin auf der kompletten... überall rumgelaufen. Ich hab deine Base nicht gefunden. Komm, ich zeige dir kurz meine Base. Geh mal raus. Ja. Ja genau, in die Richtung. Drei Base weiter. Ich wusste, dass es in die Richtung war. Aber... Ich dachte, vielleicht wärst du jetzt bei Poishis, weil jetzt bei Poishis raus ist. Ich wusste, dass es hier ist, aber irgendwie hab ich dich nicht gefunden. Nee, weiter, weiter. So. Ja, das hier ist... Ja, das hier ist... Ja, das ist Lemujax. Hey, das hier... Ich dachte, das wäre Minimichekers Base. Nein, das ist meine. Ach, ein zweiter ist... Och, Junge. Voll schlecht. Du bist du mich da durchgelaufen. Ich hab auf meine Base gesneakt und geguckt. Ja, der läuft weiter, der auch so. Ich bin hier dreimal oder viermal links gelaufen. Ja, genau da durch... Ach, herrscht. Als ob du es nicht gesehen hast. Sie war immer Eisen und ist sie weg. Ich... So was mich achte. Wo? Ja, genau. Das war eigentlich zugebar mit... äh... Ja, genau, da war's gleich. Was, wirst du da richtig scheiße eingebaut? Ja, ja... Tja, da waren Cobb und Kisten. Das hat... ... alles weggemacht. Ich hätt's safe in einer weniger schaffen können, weil ich in der letzten einfach... Kannst du's auch aufnehmen? Ja, ja. Ziemlich. Ja, viel Glück, dann... Ich gönne ich's. Danke, ich hab das erste schon gewonnen als zweites und äh... zweites Mal in Folge. Oh mein Gott. Haha. Junge, das ist so reinlachs. Hätt ich niemals gedacht. Ich... Ich würde es mir am wenigsten gönnen, weil mein Bett so also zugebracht ist. Ich hab jetzt zweimal eine Stunde Material ähm... äh... Hier ist Null Gold. Ich hab vorher nämlich noch eine Runde mit meinen Zuschauern aufgenommen. So viermal... Ja, wir wollen danach nochmal äh... Also wahrscheinlich dann doch nicht, weil viele aufgehen oder so... ... nochmal machen, dass wir alle in einem Team gegen äh... Leute aus Nussara sind. Also wir zum Beispiel zu sechs, äh... zu acht oder neun in einem Team sind und dann gegen andere Leute. Feinden. Okay. Aber... Ich weiß nicht, jetzt werden eh wenige On sein, weil das so lange dauert. Oh Gott. Wie wenn's Preisgeld gibt. Hey, Dario hat geschrieben, ich bekomm noch ne Belohnung für den letzten Win, aber... ... ich hab nix bekommen. Prämiumabgabe. Wow. Das ist bestimmt YouTuber, oder? Ne, 3x Plus nur. Okay. Ist ja auch gut. Ey, bitte sag, komm, wenn der Schimmelpflaume einmal aus deiner Base raus ist. Ist er ist raus? Nein, nicht, nicht spawnen. Ja, nicht spawnen. Ja, wollte ich grad sagen. Im Chat guckst, müsstest du's eigentlich sehen. Ja, aber keine Ahnung, er kann ihn ja auch hier gekillt haben. Ja, er kann ja, er kann ihn ja auch hier gekillt haben. Und Sneak. Nein! Er ist gestorben, er ist gestorben. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ey, das wird eingebaut schon bei Quatrix. Und ich bin mit dem Strack-Hater-Modus und mein Kompass geht nicht mehr, weil dann mein Inventar rumpackt. Oh mein Gott, es ist dumm gemacht. Er kann ja nur gewinnen, bei sowas mit ner Hand. Warum killt er Ryoin? Oh nein. Warum killst du ihn? Oh, danke fürs nächste Mal. Ja, ich werd eh noch was verändern. Nee, nee, alles gut. Nie Sorgen gemacht in meinem Bett, weil ich wusste, ja du findest das eh nicht, weißt du? Weil er es auch noch gebaut hat, meine Base, weißt du? Junge, das geht einfach schon eine Stunde. Das wird so viel zum Schneiden sein. Bei einer Stunde ist einfach unentschieden. Soviel kann jemand hochladen. Ja, natürlich. Ich werd's schon morgen hochladen. Ja, okay, ich werd's schon hochladen, aber... Wann lässt deine Videos im Hochladen? Meistens so 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens. Ja, aber an letzter Zeit auch manchmal so mittags, aber nicht wirklich. Also arbeite ich nicht. Nein, ich geh noch zur Schule, 12. Klasse. Oh. 13. Hm. Nein, danke. Der Arme. Ich komm mal, er stirbt die ganze Zeit. Irgendwie verdient. Ah, ich glaub den meisten Tore hat er. Der Arme ist fertig. Es gibt TNT. Warte, es gibt TNT. Er ist ins falsche Loch gegangen, weil ich weiß nicht. Es ist super groß. Es ist auch einfach Wasser an dem Loch, wo der Knopf dran ist. Aber das geht bei Holzknöpfen. Ich weiß nicht, ob's auch bei Steinknöpfen geht. Ja, das sind Steinknöpfe, Jungs. Nein, das geht nicht. Nur Holz, glaub ich. Oder? Nee. Warte, ich guck kurz, sonst ist es nicht im Leer. Knöpfe abbauen mit Warte. Hab's getestet. Auf Steinknöpfen? Ja, Steinknöpfen. Okay, abbauen wir kein Wasser. Ja, gib's mal. Wenn es gerade das erste Mal bei dir, ich hab so schlecht gespielt, dass du mich mit der Hand oder so gekloppt hast, ohne Rösti. Hast du's gesehen? Wäre da ultra schlecht. Ich dachte so, ich renne jetzt einfach weg. Aber da dachte ich mir so, du hast ja low-crowned. Ey, was ist das denn? Ich hab ein Video gerendert, für nichts. Es ist einfach Flexcreen. Also, ich komm da um 21 Uhr wieder, dann sollen die Fans sein. Oh, vielleicht. Also, ich glaub dann leben vielleicht noch zwei. Auch nicht mal. Bis dann. Bis dann. Tschöö. Und viel Glück. Danke. Ah, so. Wadda. Was? Anscheinend nicht. Ich hoffe jetzt mal, dass ich jetzt nicht schaden. Nee, okay, man bekommt vom eigenen TNT keinen Schaden. Das ist gut. Ich muss das mal mal. Ich muss das mal jetzt nicht... Es geht. Ich muss das mal wie ein P. Es geht. Ich muss das mal. Ich muss das mal mehr. Ich möchte den Rkit, dass ich jetzt nicht schaden. Wie oft ist das mal. Ich bin mein Körper. Ich bin mir das mal. Das ist das Wichtigste. Was?! Was?! Mein Bett existiert noch? Hä? Komm ich hab nicht so allzu wichtigen Ich hab nicht so viele Äh, hat er mir nichts? Hm? Hatte ich mir immer kurz pissen. Ah, das noch mal. Wow. Wow. Scheiß. Was? Ich hab grad Mitte, deswegen hab ich grad Überschiss, weil er hat fast ganz Gold. Ja, das wäre bitte.